Ah, da sind sie jetzt! Ihr habt es geschafft! Hi! Ich weiß, wer er ist! Also, den Kaster der Kirche befehle ich euch hier mit diesen Verbrechern eine Falle umzukriegen! In seine Hinrichtung der Rat! Ihr befehlt es! Ihr seid ein besserer Rat! Ein Führungrat! Und ihr seid eine Handlangerin! Und zwar eine, die angeblich der Kirche dient! Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Handlangerin! Hm, gerade das spiel ich hier jetzt jetzt, wo ich runtergezogen hab! Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet! Es geht! Ich hab nie mehr erhofft! Ja, ich wollte gerade die Idee anziehen! Okay! Okay! Ja klar! Und seit wann hast du die PS4 jetzt seit heute, oder? Okay! Weihnachtsgeschenke! Nicht, okay! Und was für Spiele hast du? Und was für Spiele hast du? Ach so! Okay! Hm! Okay! Das ist ja Borderlands auch! Weil ich hab's mir auch nochmal geholt, ey! Wo wir eigentlich das schon durchgespielt haben! Okay! Also Battlefield 1 find ich jetzt nicht so der Pringer! Also ich hab halt die Beta gezockt und... Nee! Okay, alles klar! Wir können ja die nächsten Tage, wenn's Bock hast, ne? Okay, alles klar! Dann dir noch! Auch! Ein schönes Fest noch! Okay! Mach's gut! Tschau! Borderlands! Ja! Borderlands! Was hab ich dir denn noch gezackt? Ja! Also ich hab's ja nicht! Ja! Ja! Call of Duty! Adventswerfer! Ich hab's ja auch nicht kennengelernt! Ja! Ja! Da kommen eh noch zwei auch dazu! Also es sind zwei Brüder, aber die zocken auch AW, also auf der 3 haben sie AW gezockt, hab ich ja auch durch Adventswaffe kennengelernt, aber die zocken auf Destiny. Hat der eine mich ja über WhatsApp geschrieben, hat der eine mir ja weiß über WhatsApp geschrieben, Ey Tommy, also und wie geht's dir? Ich und mein Schwager haben jetzt auch ein PS4. Ja cool, dann kommen wir ja mal wieder zusammen zacken. Ja und noch eine Frage, mit Destiny, von 3 auf 4 übernimmt das oder? Ja, ja dann natürlich. Die sind auch ganz cool und die kennen sich auch ziemlich gut aus. Wie kommst du das denn ins Konsole bist, weil dir es zu leise ist? Nix los oder was? Achso. Okay. Achso, okay. Ist das vordringlichere Problem denn nicht die Bresche zu schließen? Ja klar. Ihr habt uns das alles überhaupt erst eingebrockt. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um dem Tempel zu machen. Wissen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. D4,50 oder was? Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Ich muss sagen, was er sagt, kriegt. Oder war das zusammen? Okay. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Okay. Ja, so ein Goldmast. Okay. Okay. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Okay. Die Folgen gehen auf euer Konto. Suche Regen. Ach, der hat ja ein Handy gekriegt, ja. Okay. Und hat aber auch wie gekriegt, oder? Okay. 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 Ja gut, ein Geschenkmal ist ja auch nicht billig, von daher. Ja. Ja. Wie hättens das machen sollen. Wie hättens das machen sollen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Okay. 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 Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020